Hallo zusammen, mein Name ist Darius Tomatschi. Ich mache die Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt bei Senevita Guys. Ich zeige euch gerne meinen Alltag. Ich habe den Beruf gewählt, weil er sehr vielseitig ist und ich gerne handwerklich arbeite. Ich bekomme viele unerwartete Aufträge und das macht mir den Tag spannend. Wir sind zuständig für die Sicherheit des Hauses und machen regelmässige Checks für die Anlage. Jetzt zum Schluss, falls es euch gefallen hat, bewerbt euch doch für eine Schnupperlehr oder Lehrstelle. Tschüss zusammen! Bis zum nächsten Mal.